Abschlag für die Altersrente berechnen, so geht es. Meine Damen und Herren, mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine E-Mail-Anfrage bekommen von einem Kunden, der hat mich mal gefragt, Herr Knöppel, können Sie vielleicht uns, wahrscheinlich meint er damit sich und seine Freunde und seine Familie, vielleicht aber auch die Community von Rentenbescheid24.de, einfach mal an einem Beispiel berechnen, wie denn ein Abschlag einer Altersrente berechnet wird. Ja, meine Damen und Herren, für mich als Rentenberater ist das, ich sage es mal, relativ überschaubar und einfach. Und ich mache es mal an einem ganz einfachen Beispiel. Und zwar, wir gehen bitte von einer Altersrente für langjährig Versicherte aus. Diese Altersrente ist mit, dafür brauche ich 35 Jahre Wartezeit und ich kann die Altersrente nach aktuellem Recht im Jahr 2023 mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Anspruch nehmen. Nehmen wir jetzt mal den Geburtstag 1.06.1962. Und unser Kunde hat die Wartezeit 35 Jahre erreicht. Ich habe das hier mal an dem Beispiel mal dargestellt. So, ich mache das mal noch ein bisschen größer, dass Sie es vielleicht ein bisschen besser sehen können. Ja, unser Kunde hat die 35 Jahre Wartezeit erreicht und er hat in der Rentenauskunft, hier habe ich einen kleinen Fehler drin, den nehmen wir mal schnell weg. Und er hat in seiner Rentenauskunft aktuell im Jahr 2023 stehen bei ihm 44,4567 Entgeltpunkte als Summe aller Entgeltpunkte zur Verfügung. Das heißt also, der hat vom Beginn seiner Berufsausbildung bis zum, sagen wir mal, 1.08.2023 hat er genau diese 44,4567 Entgeltpunkte erwirtschaftet. Und der will jetzt wissen, wie berechnet sich der Abschlag für seine Altersrente? Er will mit 63 glatt in Rente gehen, ja. Hier ist also sozusagen, hier beginnt sozusagen die Fragestellung, wie berechnet sich der Abschlag für seine Altersrente? Und wie hoch wird sein monatlicher Rentenverlust in Euro ausgedrückt sein? Meine Damen und Herren, bevor ich das aber jetzt mal ausrechne, möchte ich noch mal ganz kurz was zu dem sogenannten Abschlag sagen. Wir sprechen immer vom Abschlag. Im Gesetz steht aber nicht Abschlag, sondern Zugangsfaktor. Und zwar schauen Sie sich einfach alle mal das Gesetz an, dem § 77 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Nr. 6. Nr. 6 ist das gesetzliche Rentenrecht. Und da steht Folgendes. Der Zugangsfaktor richtet sich nach dem Alter des Versicherten und bestimmt, in welchem Umfang Entgeltpunkte bei der Berechnung des Monatsbetrags der Rente als persönliche Entgeltpunkte zu berücksichtigen sind. Jetzt werden Sie sagen, um Gottes Himmels Willen, das verstehe ich ja gar nicht, was der Knöppel da sagt. Was will er uns damit sagen? Also, es ist ganz einfach. Wir haben diese 44,4567 Entgeltpunkte. Und die Monatsrente wird berechnet, indem wir aus diesen 44,4567 Entgeltpunkten persönliche Entgeltpunkte berechnen. Das heißt also, aus der Summe der Entgeltpunkte, 44,4567, werden persönliche Entgeltpunkte berechnet. Und dazu brauche ich einen Faktor. Und der nennt sich Zugangsfaktor. Und dieser Zugangsfaktor, den kennen Sie als den Begriff Abschlag, der wechselt oder ändert die Entgeltpunkte, die Summe der Entgeltpunkte, in persönliche Entgeltpunkte. Und dann, in einem zweiten Rechenschritt, muss ich dann noch den Rentenartfaktor mit reinspielen und den Rentenwert. Und dann habe ich die Monatsrente. Also, es hört sich fürchterlich komplex an, ist es aber an dem Punkt tatsächlich nicht. So, jetzt müssen wir uns noch eine zweite Regel merken. Wir wissen, wenn es einen Abschlag gibt, dann muss es ja so sein, dass der Zugangsfaktor niedriger als 1,0 ist. Das heißt also, bei Renten wegen Alters, Altersrenten, die ich vorzeitig in Anspruch nehme und bei denen es auch grundsätzlich bei vorzeitigem Beginn immer einen Abschlag gibt, da wird für jeden Kalendermonat ein, der Zugangsfaktor um 0,003 niedriger als 1. Umgangssprachlich sagen wir pro Monat 0,3% niedriger, aber korrekterweise immer 0,003. Ich mache es Ihnen mal in einem Berechnungsbeispiel, dann später auch mal klar, um was es da geht. Das ist relativ einfach. Sie merken sich bitte, der Zugangsfaktor ist 1,0. Kein Abschlag in der Rente. Schöne Sache. Ist der Zugangsfaktor aber kleiner als 1,0, wie hier angemarkert, dann haben Sie einen Abschlag. Ist der Zugangsfaktor größer als 1,0, bekommen Sie einen Zuschlag. Diese Variante gibt es auch. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel trotz bestehender Wartezeit der Anspruchsvoraussetzungen eine Altersrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze immer noch nicht in Anspruch nehmen, dann kriegen Sie pro Monat einen Zuschlag von 0,5% oder wir sagen, der Zugangsfaktor erhöht sich dann um 0,005. So einfach ist das. So, und jetzt nehmen wir mal unser Beispiel hier und ermitteln einfach mal, wie hoch ist jetzt eigentlich der Abschlag. Und unser Kunde will ja zum 1.6.2025 in Rente gehen. Ja, wir wissen, er ist am 1.6.1962 geboren. 35 Jahre Wartezeit hat er erreicht, er will mit 63 in Rente gehen. Wenn er mit 63 in Rente geht, dann kann er erstmals zum 1.6.2025 in Rente gehen. Ja, das ist in gut ein Jahr und elf Monaten oder so, wenn ich es jetzt nicht völlig falsch gerechnet habe. So, und der Abschlagszeitraum berechnet sich bei ihm grundsätzlich bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze. Wenn er also am 1.6.2025 in Rente geht, ja, dann müssen wir pulfen, wann erreicht er seine Regelaltersgrenze. Die Regelaltersgrenze erreicht er mit Ablauf des 31.1.2029, also am 1.2.2029. Das heißt also, der Zeitraum des Abschlags ist der 1.6.2025 bis zum 31. oder bis einschließlich 31. Januar 2029. Und das sind sage und schreibe 44 Kalendermonate. Und im Gesetz, ich zeige es Ihnen nochmal hier, steht ja, er bekommt für jeden Kalendermonat, den er früher vor Erreichen der Regelaltersgrenze in Rente geht, ein Abschlag von 0,003 oder wir sagen, der Zugangsfaktor kürzt sich um diese 0,003. Das heißt also, 44 Kalendermonate multipliziert mit den 0,003 ergibt dann einen Kürzungswert von 0,132. Das heißt also, ich ziehe von dem an sich abschlagsfreien Zugangsfaktor 1,0, ziehe ich die 0,132 ab und erreiche und erhalte dann einen Zugangsfaktor von 0,868. Oder wir nehmen die 44 Kalendermonate und multiplizieren die einfach mit 0,3 und erhalten dann einen 13,2% Abschlag. Ja, Sie können es auch mit dem Prozent berechnen, das ist mir eigentlich völlig egal oder halt eben so wie ich es mache. Wir kommen nachher zum Schluss immer auf dasselbe Ergebnis. So, meine Damen und Herren, ein 13,2%, das ist schon fast die Höchststrafe an Abschlag. Jetzt berechne ich nochmal die Monatsrente, die unser Kunde zum 1.6.2025 erhält. Wir haben ja gesagt, er hat 44,4567 Entgeltpunkte. Das heißt also, das ist die Summe aller Entgeltpunkte, die er bis zum Stichtag 1.8.2023 erwirtschaftet hat. Und das heißt also, diese Entgeltpunkte werden dann mit dem Zugangsfaktor 0,868 vervielfältigt. Hier gucken Sie bitte nochmal hier rein. Hier steht, der Zugangsfaktor richtet sich nach dem Alter des Versicherten und bestimmt, in welchem Umfang Entgeltpunkte bei Berechnung des Monatsbetrags der Rente als persönliche Entgeltpunkte zu berücksichtigen sind. Das heißt also, wir wandeln jetzt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Entgeltpunkte in persönliche Entgeltpunkte um. Das heißt, 44,4567 mal 0,868, das ist 13,2% Abschlag. Also 1 minus 13,2% ergibt dann die 0,868 ergibt dann 38,5884 persönliche Entgeltpunkte. Und diese persönlichen Entgeltpunkte multipliziere ich jetzt mit dem Rentenartfaktor 1,0. Rentenartfaktor 1,0 ist bei einer Altersrente immer 1,0. Da ändert sich auch nichts dran. Und das multipliziere ich dann noch mit dem aktuellen Rentenwert, der seit dem 1.7.2023 gilt mit 37,60 Euro. Und habe dann eine Monatsrente von 1.450,93 Euro. Habe ich hoffentlich korrekterweise auch gerundet. Meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir zu der Verlustberechnung. Wenn unser Mandant nicht mit Abschlägen in Rente gehen würde im Jahr 2029, und wir gehen davon aus, dass wir die Entgeltpunkte 44,4567 einfach nehmen, dann hätte er einen Verlust monatlich von 220,65 Euro, wenn er zum 1.6.2025 in Rente geht. Warum ist das so? Das ist ganz einfach. Wir ziehen von den 44 Entgeltpunkten die 38,5884 Entgeltpunkte ab, die er ja sozusagen als abschlagsbehaftete Summe aller Entgeltpunkte, als persönliche Entgeltpunkte jetzt in der Monatsrechnung Rente zum 1.6.2025 hat. Und dann haben wir eine Differenz von 5,8683 Entgeltpunkte. Und das multiplizieren wir einfach mit dem Rentenwert 37,60 Euro und kommen dann auf 220,65 Euro Rentenverlust pro Monat pro Jahr. Und wenn unser Kunde tatsächlich dann im Jahr 2025 in Rente gehen will, dann hätte er zumindest ausgehend von einer Rentenauskunft und angesparten Entgeltpunkte von 44,4567 im Monat am 1.6.2025 dann einen erheblichen Rentenverlust von 220,65 Euro und er könnte das dann auch nicht mehr ändern. Das heißt also, er kann letzten Endes, wenn er einmal die Rente bewilligt bekommt als Altersrente für langjährig Versicherte mit 13,2% Abschlag, dann auch später nicht in eine andere Altersrente wechseln. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben das verstanden, was ich Ihnen gesagt habe. Aber Sie konnten das nachvollziehen. Ich denke, das war alles gar nicht so schlimm. Und Sie sehen auch, wie jetzt der Abschlag hier an diesem Beispiel berechnet wird. Es gibt sicherlich unheimlich viele andere Konstellationen, wie ein Rentenabschlag zu berechnen ist. Wir denken zum Beispiel an die Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder aber unser Kunde geht nicht 20,25 in Rente, sondern geht meinetwegen 20,27 in Rente. Dann wissen wir, aha, der Abschlag kann niemals 13,2% sein, sondern der muss dann deutlich niedriger sein. Aber Sie richten sich bitte bei der Altersrente für langjährig Versicherte bitte immer Rentenbeginn vorzeitig bis zur Regelaltersgrenze. Und genau dieser Zeitraum ist der Verminderungszeitraum. Und dann müssen Sie pro Kalendermonat mal 0,3 berechnen. Und dann können Sie Ihren Abschlag zumindest erst mal so relativ sicher ermitteln. Ansonsten fragen Sie bitte bei der Deutschen Rentenversicherung oder Ihrem Rentenversicherungsträger nach. Oder aber wenden Sie sich vertrauensvoll an Rentenbescheid24.de. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.